Südlach 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 ляются Wenn ich meinen Schweinetransporter lenke, schaue ich mir die Schweine kurz an und denke. Lecker, 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 da fährt mein Zähn, da ist meine Nebenwurst auf ihren See, zu meinem Metzger, dem ich vertraue. Lecker, lecker, lecker und danke, du Sau. Immer wenn ich mein Auto neben einem Rinderplatzporter lenke, schaue ich mir die Rinderplatz an und denke. Lecker, 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 ich freue mich jetzt schon drauf, da ist meine Rindsrollade, die ich morgen kaufe. Und dazu gibt's Rollasch, ganz nach vorne schwack, Rollade, Gulasch und zum Nachtisch Rinderhack. Zehn Kilo auf dem Brötchen, direkt rein. Ich will das Brötchen ankommen. Kommt raus, eine Sprache. Immer wenn ich mein Auto neben einem Rindferdetransporter lenke, schaue ich mir die Rindferde an und lenke. Das darf der Ponybruch sein, so das Sauer sein. Ferne auf die Rennbahn schicken und nichts von Metzkerei. Dabei weiß doch jeder, man hat den größten Durst nach einer freudigen Pferde. Was? 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 Wie das?